Mein Name ist Jacqueline, ich komme aus der Schweiz. Ich habe mich gestern operieren lassen. Ich fühlte mich von Anfang an in der Klinik sehr wohl. Die Mitarbeiter waren sehr hilfsbereit und kompetent. Die Behandlung selber war sehr kurz, also wirklich fünf Minuten rechts, fünf Minuten links. Und auch nach der Behandlung hatte ich sozusagen keine Schmerzen, sah auch relativ rasch wieder und am Abend war ich schon relativ erholt auch wieder in meinem Zimmer. Am Tag danach sehr gut. Ich sehe eigentlich so gut wieder wie vorher, also mit den Linsen und mit der Brille. Und ich kann die Behandlung wirklich sehr weiterempfehlen und auch das ganze Eistar-Team empfehlenswert. Vielen Dank.